Ihr werdet alle sterben. So, hier gibt es nichts mehr. Zauber Heilung. Wäre der nützlich, Stufe L. Und nehmen wir ihn einfach mal mit rein. So. Gut. Das heißt, das hier haben wir schon mal alles geschafft. Sehr gut. Oh, wir haben auch noch ein bisschen überhalb an Erfahrungspunkte. Das ist auch praktisch. Ja, das heißt, wir können das Portal zur mittleren Ebene nehmen. Wir sind also hier unten fertig. Haben, glaube ich, hoffentlich alle Turunen. Nein, da ist noch eine. Aber das ist ja zum Glück ein Untoter in der Nähe. So, bis der da ankommt, kümmern wir uns mal kurz um die neue Rune, die ich gefunden habe. Elementarmagie Eis. Du kriegst das Teil. kriegst so ein kriegst eine Robe des äußeren Zirkels wie immer kriegst so eine Maske Intelligenz brauchst du hier sehr viel Intelligenz so perfekt eine schwarze Metallplatte verschießt das Tor drei keilförmige Vertiefungen befinden sich darin die drei Metallkeile einsetzen die drei Keile passen in die Vertiefung ein Teil der Platte beginnt sich zu drehen das Tor öffnet sich Questbuch wurde aktualisiert und wir haben sogar Erfahrung gehalten ja das ist praktisch drei keilförmige Gegenstände scheinen notwendig zu sein um das Tor zu öffnen hinter dem Portal hinter dem das Portal liegt die Keile sind wahrscheinlich bei den Eisernen in der Umgebung zu finden das Portal können wir benutzen um auf die nächste Ebene zu kommen und hier stehen Monumente der Lichtvölker ja das heißt wir können unsere Bindung zu dem Monument hier jetzt abreißen dadurch stirbt alles an meinen Toren wir sind der Tod flieht flieht von mir bis auf den Titan oh ja und wir müssen erstmal die Jungs hier unten los wow das sind viele loswerden bevor wir eine Base aufbauen weil sonst haben wir die die ganze Zeit im Rücken so wie die Drachen oh ja und die bewachen Mondsilber das wir wahrscheinlich auch noch brauchen werden wir werden angegriffen die Linien müssen halten also ja die können ein bisschen dauern Vorsicht Gegner das ist ein Hinterhalt Runenkrieger zu mir okay die Anzahl geht eigentlich aber sie halten halt viel aus Vorsicht Gegner beziehungsweise ich mach nicht so viel Damage an ihn Runenkrieger zu mir ihr Damage an mir ist auch verkraftbar Vorsicht Gegner wir werden angegriffen und so wie es aussieht kommen sie einzeln oh hier ist schön also die Mondsilber Vorräte hier sind schön naja gut ihr werdet es wahrscheinlich nicht gewusst haben ich wusste es dass wir hier jetzt dann mit den Lichtvölkern als nächstes uns beschäftigen Vorsicht Gegner dürfen dürfen nicht hier kommt euer Kontak hier kommt euer Kontak so mal sehen wie viele lock ich an wenn ich auf den hier schieße zu viele ach herrje standhalten Männer vorsicht Gegner okay 3G nicht mach mal den Berserker standhalten Männer standhalten Männer die Linien müssen halten Vorsicht Gegner ja da liegt meine Dunkel 11 Base jetzt da nieder nachdem ich sie aufgegeben hab sie bringt uns halt wie gesagt nichts mehr Vorsicht Gegner ich hoffe das ist nicht der einzige Stein oh die zwei alleine die sind okay runenkrieger zu mir standhalten Männer das gute ist die geben auch gute Erfahrungspunkte noch weil wir die zum ersten Mal bekämpfen runenkrieger zu mir das heißt ich brauche wahrscheinlich keine große Zwerge standhalten Männer 60 Zwerge dürften reichen Vorsicht Gegner das ist ein Hinterhalt die Linien müssen halten die Linien müssen halten Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Man hat ja gesehen, auch mit den Doktelhelfen habe ich jetzt die Eizung einfach so mal überrannt. Also weiter da gesehen, einfach mal so zu überrennen. Runenkrieger, zu mir! Und wenn ich Zwerge nehme, gut, habe ich keine Defense, das muss ich beachten. Das ist ein Hinterhalt! Gucken, dass ich schnell ein paar Einheiten hochziehe. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Ah ja, mit dem Bootzimmer, was ich hier habe. Die Linien müssen halten! Sollte das gut klappen. Das ist ein Hinterhalt! So, jetzt muss er sich, ist der Herr der Seelen weg. Das ist ein Hinterhalt! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! So, zwei Stück von euch! Sorte noch, dann, mit der hier tot ist. Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Sehensklaven, das sind vermutlich die Seelen, die der Seelenschmied ähm... der Eisern, ne? Die Eisern, Vorsicht, Gegner! Toller Zungenbrecher! Halber-Oktagonaler-Schlüssel-Diamant. Oh, hier ist auch noch mehr Eis. Gut. Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Ja... Zwerge-mäßig. Das ist ein Hinterhalt! Auf jeden Fall, Verteidiger brauchen wir. Wir werden angegriffen! Ein paar jeweils von denen könnte ich auch gebrauchen, aber hauptsächlich Krieger und Verteidiger, würde ich sagen. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner! So, dann hauen wir mal die Gräber weg. Ja. So, dann gehen wir mal den Reise. Däu! Ja. Ja. Ja.